Und der Kampf wird freigegeben. Ja, Primus! Und hier haben wir schon den schnellen ersten Takedown von Primus. Deine Waffe ist kaputt. Auch Primus hat Kämpfer dabei, die internationalen Top-Striksche unterwegs sind. Und die Hälfte sind eingefallen. Und hier waren sehr schön. Sehr schön. Und sehr gut. Hier haben wir schon einen schnellen ersten Take-Bowl von Primus. Auch Primus hat Zepfer dabei, in der internationalen Spitze unterwegs sind. Oh, das geht alles sehr schnell gerade. Jetzt kommt 5 gegen 2. Mal schauen, wie lange die Zeit sich halten. Jetzt kommt 5 gegen 3. Mal schauen, wie lange die Zeit sich halten. Sollte Untertitelung des ZDF, 2020